Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren heute auf Farid Bang, auf die Hörprobe Kampfsport mit Capital Bra. Ihr seht das Ganze vor 12 Minuten online gekommen. Leute, ich bin da. Wenn es um schnelle Videos geht, dann bin ich da. Andere Reaction-Kanäle reagieren auch drauf, weil sie sehen, dass ich drauf reagiert habe. Wenn ihr wirklich schnelle Reactions haben wollt, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Hey, ganz kurz, ich lasse jetzt laufen, aber, Digga, kommt mir das nur so vor oder je mehr die Zeit vergeht, desto jünger sieht Farid aus? Ist mir so aufgefallen, egal. Rapper Dissen ohne Namen nennen. Jetzt muss ich mal überlegen, ob Capital das schon mal gemacht hat. Doch, Kapi hat es mal gemacht. Ich will nicht auf Capital schießen, feier ihn, aber da gab es noch mal Pelz-Lines und ohne Namen nennen an Shindi und sowas. Oh, warte mal, warte mal. Digga, ich komme gerade nicht klar. Jetzt, okay, wir haben das Ganze gehört, aber ich habe da so ein, zwei Sachen gehört. Lass mal, äh, jetzt mal Stück für Stück. Sorry, Leute, das ist wahrscheinlich übertrieben laut bei euch, aber ich kann es hier nicht leiser stellen. Ich kann es nur stumm machen. Ah, Bruder. War das jetzt, war das nicht ein Mal, ein Schuss an Samra? Hier ist nicht Hollywood, äh, spreng dein Ferrari in die Luft. Hier hast du dein Promo-Move. Oh, okay. YouTuber verkaufen Boxen wie Logan Paul. Digga. Wen meint er, so YouTuber verkaufen Boxen? Meint er Merd? Ja, okay. Okay. Junge, es ist, es war, es war eine kurze Hörprobe, aber diese Hörprobe hat einiges gesagt. Leute, täusche ich mich, oder ist... Warte mal, was hat denn, äh, Samra alles in die Luft gesprengt? Seine G-Klasse und was war der, der andere Wagen? Samra. Ich will mal kurz gucken. Irgendwas, in irgendeinem Video, ich glaube, es war ein Song mit Sido. Hat er auch, äh... Ich weiß nicht, aber in irgendeinem Video hat er, hat er einen Wagen mit Nico Santos und Sido war das, glaube ich. Ich will mal ihren Namen kennen. Bleib mal locker, Brot an Berlin ist nicht Hollywood. Spreng dein Ferrari in die Luft. Hier hast du dein Promo-Move. Ey, du autos, boh, bei mir gibt's kein Roll im Tausch. Aber ich muss sagen, es hört sich wild an. Du wachst in nem Kofferraum ohne Jogger auf. Deutscher Rap ist leider nur noch Summersound. YouTuber verkaufen Boxen wie Logan Paul. Boah, okay. Okay, ich bin, ich bin sehr auf den Sound gespannt. Ich glaube, hier wird auch, äh, die ein oder andere Anspielung gemacht. Das war's, Leute. Macht's gut. Haut rein. Bin sehr gespannt und ciao.